Hallo und willkommen zurück hier bei The Evil Villain. Weiter geht's. Oh Gott, hier bin ich. Okay. Ich versteh schon. Oh, fuck, fuck. Hey, warte mal, das muss ich nochmal machen. Äh, warte mal, kurz. Ja, das war's ja kurz. Moment, ich, äh, ich muss erstmal hier mein Ding da her, herbringen. Das ganze Munitionszeug. Nein. Hallo. Bleibst du jetzt, du Arschloch? So, ja. So. Hm. T-t-t-t-t-t. Na, was ist denn? Dö. Scheiße, scheiße. Was denn jetzt? Oh, Mann. Warte, warte, warte. Äh, haha. Jetzt. Weg, 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 weg. Oh. Weiter, weiter, weiter. Komm schon. Jawohl. Oh. 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 Äh. Hier. Oh Gott. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Warte mal! Ich hab nix mehr, ich hab nix mehr! Oh! Oh lalalala! Boah! Grundgütiger! Oh, geschafft noch! Oh! Was wird das jetzt? Du hast uns das angetan! Du hast uns das angetan! Boah! Okay! Toll! Jetzt hab ich kein... Ah doch! Jetzt kann ich nur noch grade auslaufen! Das machen wir jetzt auch! Oh Mann! Ich hör was! Meine Kinder! Ich will... Beatrice, wir haben das noch besprochen! Oh Gott! Hm! Ich ahne, was schlimm ist! Was? Ach so! Ah, zu! Ey, ich seh nix! Warte, da vorne ist was! Ne, auch nix! Okay! Tür zu! Genau! So! Kapitel überlebt! Speichern! Zack! So! Und nächstes Kapitel, bitte! Benutzer fallen, um Gegner auszuschalten, ohne Munition zu... Ja! Wenn's so leicht gehen würde! So! Wo sind wir jetzt? Oh Gott! Okay... Okay, da will ich jetzt nicht runterfallen! Fah! Schönen Schacht runter! Oh oh! Hei. Oh oh! Oh oh! Oh je. Werkzeuge. Das Meister. Kommt die Stimme her. Ich hör die Musik. Wir können ja wieder speichern. Hier. Was ist denn? Da war noch was. Okay. Von mir aus. Hm. So, Notiz aus Keller im Anwesen. Mir wurden meine Kinder genommen. War Schicksal, war er es? Doch nicht mein perfekter Sohn. Es war das Feuer. Er hat alles zerstört, alles fortgerissen. Die Kinder haben sich verändert. Und Ernesto auch. Er hat gesagt, er würde sich um sie kümmern, sie beschützen. Aber jetzt sagt er, sie sind weg. Wie kann das sein? Denn eine Mutter würde so etwas spüren. Ich höre immer noch die Stimme von meinen süßen Jungen. Sein Lachen und immer aus dem Keller. Das kann nicht sein. Eine Mutter braucht ihre Kinder. Okay. Die, 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 die. Oh Gott. Okay. Hier wollen wir speichern. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Glibber wir haben. Ich glaube, so um die 3000. Ich merke gerade, meine Brille ist dringend. Seh nichts mehr. Also, wenn ich mal irgendwo falsch, wenn ich mal irgendwo falsch hinschiege, ist meine Brille schuld. Nein, natürlich nicht. So, was haben wir denn hier Schönes? Haben wir hier irgendwas? Nö. Zeitung? Ja. Ja. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier eine Schlüssel haben. Vielleicht können wir was aufsperren. Oh ja. Wir haben einen Schlüssel. Und wir kriegen. Ah, das haben wir schon. Aber egal. Da kann man ja mal. Nicht bedücken. Bücken. Dücken. Geht's noch? Okay. Ähm. Ja, dann machen wir mal das da hier aufladen. Ja, geil. Ist nicht. Nö. Okay. Dann nicht. Dann tun wir mal aufmotzen. Ich dachte, ich schon das zugemer wird. Okay, 1.000 nur. Nicht 3.000. Ich glaube, da können wir nicht viel machen. Wenn überhaupt was. Oder wir behalten das noch ein wenig. Ne, ist alles rot. Was, 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 was? Achso, abgeschlossen. Okay. Ne, da müssen wir warten. Müssen wir warten. Das einzigste, was wir jetzt noch machen können, ist speichern. So. Speichern. Zack. Und wieder zurück zum Spiegel. Können wir es hier auch machen? Nö. Sollen wir nicht. Ein bisschen bis dahinter. Hallo. So geht's nicht. Ruhe. Huh? Haben Sie eine Ahnung, warum diese Welt so ist, wie sie ist? Was? Wer sind Sie? Es ist Hass. Hass. Ruhe fix Hass. Sein Hass verzehrt ihn. Er will heraus. Er strebt nach Rache. Er will, was die Welt ihm in seinen Augen genommen hat. Nicht, dass er es tatsächlich bekommen könnte. Nicht, dass er es tatsächlich bekommen könnte. Diese Welt existiert so lange, wie er es tut. Haben Sie gerade etwas gehört? Oh, Mann. Dominos. Wo ist denn der Spiegel? Doch da hinten. Nervt das. Na gut. Ja. Dann gehen wir mal weiter. Oh Gott. Moment. Bevor ich hier irgendwas tue. Meine Waffe schon mal her tun. Man kann ja nie wissen, ne? Scharfschutz hinten geht das. Hä? Das habe ich gesagt. Danke. So. Gehen wir mal. Wo ist das hier? Oh, da hinten ist wieder Munition. Gott sei Dank. So. Okay. Oh, was? Was du wollen. Es geht runter. Es geht runter. Okay. Also hier ist schon mal so ein Dings. Ach du Kacke. Was, wenn ich jetzt da durchgehe? Mami. Mami. Oh. Riesenteil. Tausend. Jawohl. Ja, eine Statue. Gott sei Dank. Nehmen. Cool. Nichts mehr? Nein. Aber monizierne. Und zwar nicht wenig. So. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Und lösen den zweiten Schlüssel aus. Und dann nochmal speichern. Wir haben es ja so. Das machen wir jetzt. Ist egal. Ah, zurück. Ja, hab ich. Und zwar Schlüssel einbissen. Ich hör gerade den Vogel im Amor. Hm. So. Noch ein Schlüssel. Machen wir mal hier uns auf. Und. Ja, nochmal Clipper. Cool. Boah, 7000. Geil. Jetzt haben wir 9000. Jetzt können wir aber richtig Gas geben. Oh ja. Na komm, mach. So. Schauen wir mal, was jetzt geht. Spritzenwirkung. Okay. Schauen wir mal weiter. Hm. Schadensmultiplikator. 6000. Feuerrate. Okay. Ja, machen wir mal das da. Und die Feuerrate. Genau. Sehr schön. So, noch mehr Schaden. Mehr Schaden, als wir ihn doch schärten. So, jetzt speichern. Gut. Und zurück. Wunderbar. So. Jetzt können wir wirklich weiterlaufen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wo bin ich hier denn? Schnell weg. Also hier ist nix. Guteswillen. Ist hier irgendwas? Nein. Boah, wir shoppen jetzt. Speichert nur. Oh nein, ich hör was. Oh Mami. Hä, was ist das jetzt? Nehmen wir mal das Ding. Oh oh. Fuck, fuck, fuck. Ach du Scheiße, was ist das denn jetzt? Was ist das denn für ein Scheiß da? Oh. Hilfe. Hilfe. Oh, meine Fresse. Haha. Haha. So. Ähm. Was brauch ich jetzt? Das ist ja. Das ist das erste mal aufladen. So, davon habe ich jetzt fünf. Fünf. Hochklettern. Ach du Scheiße. Oh oh. Oh oh. Geh mir erst mal da rüber. Mach mal das Licht aus. Oh oh. Oh. Oh Gottes Willen. Hallo CC. Oh fuck fuck fuck. Oh kacke. Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Batterie. Diese große tragbare Batterie wird benutzt um elektrische Ausrüstung für Stromausfälle zu betreiben. Okay. Oh Speicher. Oh Gott sei Dank. Ich bleib trotzdem bei dem. Ist mir egal. Ah da hinten. Ha. Sehr gut. Ich hab's doch gehört. Na nimm. Hallo. Nein. Oh fuck was war das. Ah hier. 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 Oh nein. Oh nein. Scheiße. Scheiße. T-t-t-t. Ist der jetzt tot oder nicht? Ich glaub schon. Okay. Oh Gott, das willn. Nein. Nein, nein. Alter, was ist los da? Oh nein. Ah. Mist. Hä? Was ist das? Das gibt's doch nicht. Was ist das für ein Scheiß da? Äh. Ja. Nicht gleich so. So. Hm. Okay. Oh. Das ist ja hier. Krass. So. Das wollte ich sagen. Okay. So, jetzt schauen wir mal. So, das nehmen wir natürlich mit. Ich hör schon wieder was. Okay. Gleich nehmen. Okay. So. Oh nein, 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 nein. Nein. Ne, das will ich nicht. Das wollte ich jetzt auch nicht. Dann nehmen wir das wieder. Was, 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 was? Was ist das? Da war doch was. Ne. War doch nichts. Okay. Äh, wo muss ich denn jetzt hin? Du scheiße. T-t-t! Los, tucken. Hä? Runter, runter! Oh. Alter! Schnell, runter, runter, runter! Doch. Gottes Willen. Tch. Heilandsack. Okay, ich muss hier wieder rein. Das hilft nichts. So. Ich muss hier rein, ne? Genau. Jetzt warten wir erst mal. Äh. Ne, geht nicht. Ach, hier rein. Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Ja, ja. Schlecht. Oh, ne, Axt. Cool. Gott sei Dank. Okay. Schauen wir mal, ob hier irgendwas ist. Ich bin hier auf der anderen Seite. Ah ja. Jetzt muss ich da rüber. Oh Gott. Na komm, na komm. Oh oh. Oh oh. D-d-d-d-d-d-d-d! Scheiße. Fuck. Okay. Das war's dann hiermit bei D-d-d-d. Bis zum nächsten Mal.